Hallo Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks. Heute möchte ich mit euch über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar über Plastik. Die Themen Nachhaltigkeit, Veganismus oder Klimaschutz sind ja momentan sehr angesagt. Aber wir sollten auch über ein weiteres wichtiges Problem auf unserem Planeten sprechen. Wie schafft man es Plastik zu vermeiden und welche Alternativen gibt es, die jeder von uns umsetzen kann? Ich habe heute ein paar Tipps für euch, wie auch ihr ganz einfach auf Plastik verzichten könnt. Viel Spaß mit diesem Video. Das Problem ist, dass viele denken, wenn sie den Plastikmüll in die Tonne schmeißen, dass er dann weg ist. So ist es aber nicht. Der Müll ist ja nicht einfach verschwunden, sondern wird meistens ins Ausland verkauft oder gelangt ins Meer oder auf irgendwelche Mülldeponien. Aber somit ist das Problem ja nicht gelöst, weil wenn der Plastikmüll ins Meer gerät und die Fische fressen das Plastik, dann kann es gut sein, dass das Plastik auch in unseren Kreislauf kommt, weil viele Menschen da draußen essen ja eben Fisch und somit kann es auch passieren, dass eben wir das Plastik essen. Ich habe mal gelesen, dass jeder Mensch jede Woche eine Kreditkarte an Mikroplastik isst. Und aufs Jahr gerechnet ist es halt gleich so ein Batzen Plastik, den wir essen, weil wir eben über den Fisch oder übers Wasser, das wir trinken, das Mikroplastik aufnehmen. Und das ist schon sehr erschreckend meiner Meinung nach. Aber nicht nur, dass wir uns damit schaden, wir schaden auch der Natur. Ich bin ja ganz viel schon rumgekommen. Ich war in Indien, ich war auf Bali, ich war in Kambodscha, ich war in Vietnam und überall habe ich ganz viel Plastik gesehen. Besonders auf Bali, auf der kleinen Insel. Ich war da vor ein paar Monaten und bin dann ins Meer reingesprungen. Und als ich dann wieder rausging, habe ich halt überall so Plastiktüten gehabt. Und es war halt schon echt traurig, das zu sehen, weil die Strände eigentlich sehr, sehr schön sind. Aber die sind komplett voll mit Plastik. Und man rennt dann über so einen Strand, sieht dann hier mal einen Schuh oder da mal irgendwie eine Plastikflasche. Eine Zahnbürste war dabei. Und Autoreifen sind da sogar rumgelegen. Also es ist echt traurig. Oder als ich in Belize war, beim Tauchen, habe ich auch gesehen, dass einfach mal so ein Einkaufswagen im Meer rumliegt. Und das Problem ist ja nicht nur, dass man das Plastik, das oben schwimmt, sieht, sondern das meiste Plastik sinkt eben auf dem Meeresboden. Und da sieht man es nicht, aber es ist trotzdem da. Und das Plastik, das eben am Meeresboden liegt, löst sich ja auch über die Jahre hinweg auf und wird dann zum Mikroplastik und wird wieder vom Fisch gefressen. Und wir essen es über Sushi zum Beispiel. Und dann haben wir den Salat. Ich habe mir auch zu dem Thema einige Bücher gekauft. Wie kann man Plastik vermeiden und warum ist Plastik eben so ein Problem? Und da stand auch drin, dass vor 20 Jahren 1,5 Millionen Tonnen Plastik hergestellt wurde. Und mittlerweile, also jährlich, und mittlerweile sind es 330 Millionen Tonnen an Plastik. Jedes Jahr. Und das ist natürlich echt eine Zahl. Dabei ist es doch so einfach, auf Plastik zu verzichten. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen und die möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Die erste Alternative, die ich euch vorstellen möchte, legt euer Obst oder Gemüse einfach so aufs Kassenband. Ich sehe das sehr, sehr häufig im Supermarkt oder im Discounter, dass das meiste Gemüse sowieso eingepackt ist in Plastik. Da gibt es natürlich auch eine bessere Variante. Man geht einfach auf den Wochenmarkt und kauft dort sein Gemüse, weil da ist meistens nichts verpackt. Und dann nimmt man einfach sein Zeug, packt es in den Jutebeutel oder in den Korb und dann hat man kein Plastik. Aber dann gibt es natürlich auch noch Leute, die gehen in den Supermarkt, holen sich da so Einweg-Plastiktüten, packen da das Gemüse rein oder das Obst und dann liegt eben auf dem Kassenband ganz viel Plastik. Und das kann man vermeiden, indem man einfach in den Supermarkt geht und sich das Gemüse nimmt, das nicht verpackt ist, einfach so in den Einkaufskorb legt, aufs Kassenband und das war's. Ja, wenn wir schon beim Einkaufen sind, habe ich noch einen weiteren Tipp und zwar vermeidet Plastiktüten und holt euch lieber hier so Jutebeutel. Ich habe einmal hier den oder eben den hier, der ist auch ganz nett. Und da packt man eben seinen Einkauf rein und nimmt ihn mit nach Hause. Und so spart man natürlich auch einiges an Plastik oder eben auch die Papiertaschen, die nicht unbedingt besser sind, wenn man sie bloß einmal benutzt. Also wenn ihr die Papiertaschen öfters benutzt, dann kann man die natürlich schon kaufen, aber die Dinger hier sind nachhaltiger und kann man so oft benutzen, wie man möchte. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind Zahnbürsten. Ganz viele da draußen kaufen immer noch Plastik-Zahnbürsten. Man muss auch dazu sagen, die Plastik-Zahnbürsten unter den Veganern von euch, die sind nicht vegan, da die Borsten eben aus Tierabfall besteht. Also ich würde auf jeden Fall keine Plastik-Zahnbürsten mehr kaufen. Es gibt alternativ Bambus, aber da sind natürlich auch die Wege, wenn die jetzt zum Beispiel aus Asien kommen, ist natürlich auch nicht so nachhaltig. Aber es gibt eine Alternative und zwar diese Zahnbürste hier. Die ist aus Biokunststoff und aus nachwachsendem Rohstoff und ist klimaneutral hergestellt. Also wirklich sehr, sehr gut und die kratzt auch nicht so im Mund. Also so eine Bambus-Zahnbürste hatte ich auch schon öfters, aber die kratzt eben im Mund und die hier ist sehr angenehm. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr mal nach so einer Zahnbürste guckt, dann schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da habe ich euch die verlinkt und auch eben die anderen Dinge, die ich euch hier vorstelle. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar probiert doch mal Glasflaschen oder Leitungswasser aus. Ich sehe es ganz oft beim Einkaufen, dass viele Menschen immer noch Plastikflaschen, Trinkflaschen kaufen, entweder Cola, Limo oder auch Wasser. Ist jetzt meiner Meinung nach totale Verschwendung, weil unser Leitungswasser hier in Deutschland, Österreich oder auch in der Schweiz sehr, sehr gut und sehr, sehr sauber ist. Es gibt alternativ natürlich auch noch Glasflaschen, die man nutzen kann. Ist noch viel, viel besser als Plastikflaschen oder man trinkt eben Leitungswasser und dafür habe ich mir auch hier so eine Wasserflasche besorgt. Da packe ich eben mein Wasser rein, wenn ich irgendwie unterwegs bin und unser Leitungswasser ist echt gut. Also wenn ich da unser Wasser trinke, da kenne ich keinen Unterschied zu dem Wasser. Leitungswasser ist definitiv die beste Alternative. Ich möchte euch noch kurz die Wasserflasche zeigen, die ist nämlich sehr, sehr praktisch. Hier hat man, wenn man das so runterschraubt, ja ein Glas, das man nutzen kann. Dann kann man das mit dem Karabinerhaken noch festmachen am Rucksack und die Flasche ist auch noch eine Thermosflasche. Also man kann die auch für Kaffee oder Tee nutzen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wenn ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Kaffee, ein Kaffee-to-go mitnehmen möchtet, dann holt euch doch am besten hier auch so eine Thermosflasche. Die gebt ihr ab. Meistens kriegt man dann sogar noch Prozente, wenn man eben eine eigene Flasche dabei hat, anstatt sich so einen Kaffee-to-go-Becher mitzunehmen. Da ist meistens der Becher vielleicht aus Pappe, aber der Deckel ist immer aus Plastik. Und wenn man sich vorstellt, dass man sich jeden Tag so einen Kaffee-Becher holt, dann weiß man schon, welche Menge Plastik man dadurch verursacht, aufs Jahr gerechnet. Und wenn das jeder macht, dann haben wir am Ende einiges, was wir am Plastik hier rumliegen haben. Und die Flaschen gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe hier eine schwarze, die Lisa hat eine weiße Flasche und die sind beide sehr, sehr schön anzusehen und praktisch. Viele fragen mich immer, wie machst du das auf Reisen? Holst du dir irgendwie eine Seife oder hast du vielleicht irgendwie ein Shampoo dabei, das nicht ausläuft? Und da kann ich euch sagen, ich habe mich hier so eine Seife gekauft. Das ist jetzt eine Haarseife, die gibt es auch zum Duschen. Die packt man einfach in ein Gefäß oder in einen Behälter, dann in einen Rucksack damit und schon kann man sich überall damit duschen, wenn man das so sagen darf. Auf jeden Fall hat man überall Seife dabei und die läuft nicht aus und ist viel, viel nachhaltiger, als wenn man sich so eine Plastikverpackung holt, also so ein Duschgel oder irgendwas. Die bekommt man in jedem Bioladen oder auch beim DM oder im Internet. Also einfacher Plastik zu reduzieren geht nicht, würde ich jetzt sagen. Wer gerne unterwegs ist, so wie ich, der hat immer im besten Fall ein eigenes Besteck dabei. Weil wenn man jetzt im Imbiss, zum Beispiel waren wir jetzt in Berlin und da gibt es ja ganz viele Dönerläden und Imbisse auf der Straße. Und die teilen meistens immer noch, muss man dazu sagen, Plastikbesteck aus. Und dafür gibt es eine Alternative und zwar hier so ein eigenes Besteck aus Bambus oder Holz. Und da hat man eben den Strohhalm drin, wenn man, ja weiß ich nicht, einen Cocktail trinkt, dann kann man den Plastikstrohhalm weglassen. Man sagt einfach, man hat einen eigenen Strohhalm dabei, dann lassen die den Strohhalm auch weg. Ich habe mir hier eben so ein ganzes Set geholt mit Reinigung, hier damit eben auch der Strohhalm sauber wird. Das steckt man einfach so rein und kann es dann reinigen. Dann habe ich hier noch ein Messer, eine Gabel und einen Löffel, immer dabei. Und das spart natürlich einiges. Also das meiste Plastik, das eben weltweit verursacht wird, ist durch so Einweggeschirr. Ich habe euch ja die Seife und die Zahnbürste gezeigt und jetzt möchte ich euch noch was fürs Bad zeigen und zwar einen Rasierhobel. Und mit dem Gerät kann man sich rasieren. Man spart dadurch ganz, ganz viel Plastik, weil man sich keine Klingen kaufen muss, zumindest nicht die Plastikklingen und auch nicht die Einwegrasierer. Weil wenn man sich überlegt, wie viele Einwegrasierer hat man sich denn schon im Leben geholt? Dieses Ding hier kauft man sich nur einmal und man muss dann nur noch die Klingen kaufen, die auch aus Metall sind. Und das spart natürlich Unmengen. Also ihr solltet euch auf jeden Fall mal so einen Rasierhobel zulegen und mal ausprobieren. Ihr könnt damit definitiv nichts falsch machen. Ich nutze das Ding auch schon seit Wochen und bin sehr zufrieden. Man muss auch dazu sagen, fürs Reisen ist es auch sehr, sehr praktisch, weil man eben nur so ein ganz, ganz kleines Klingenset hat, den Rasierhobel und das war's. Es gibt natürlich auch Alternativen, um seine Wäsche zu waschen. Letztes Mal habe ich ein Video gesehen, wo die gezeigt haben, was in so einem Weichspüler zum Beispiel drin ist. Und ein Weichspüler besteht aus Tierabfällen und das ist natürlich ekelhaft. Deswegen gibt es so Alternativen wie Waschnüsse. Die packt man einfach in so ein Waschnetz und dann ab in die Waschmaschine und schon hat man nachhaltig seine Wäsche gewaschen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch zwei Bücher vorstellen, die das Thema behandeln. Und zwar einmal das Plastik-Sparbuch und hier Alternativen zu Plastik. Beide Bücher sind sehr interessant. Hier bin ich gerade am Lesen, da steht ganz viel drin, warum wir eigentlich Plastik benutzen, wie wir eben Plastik vermeiden können und warum es so schlimm ist, dass so viel Plastik hergestellt wird. Hier in dem Plastik-Sparbuch sind ganz viele Alternativen und Sachen drin, die man selber machen kann. Zum Beispiel aus einem T-Shirt eben Jutebeutel zaubern. Und das finde ich sehr interessant. Hier kann man sich jeden Tag was Neues raussuchen und kreativ sein. Alles, was ich euch heute vorgestellt habe, packe ich euch einfach mal in die Videobeschreibung. Guckt da gerne mal vorbei. Und dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Leute, lasst uns die Welt verbessern, indem wir einfach bewusster konsumieren und am besten auf Plastik verzichten. Man muss nicht von heute auf morgen komplett auf alles verzichten oder eben sein komplettes Leben umstellen. Aber man sollte jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen und dann können wir auch einiges bewirken, denn gemeinsam können wir die Welt verändern. Das wisst ihr ja. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Alternativen zu Plastik sind. Vielleicht habt ihr ja noch was, was ich jetzt nicht vorgestellt habe. Teilt es uns auf jeden Fall mit und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal. Macht es gut, macht es besser. Tschüssi Kowski Leute.